Ein Vakuumierer ist ein Gerät, das Luft aus einer Verpackung entfernt, um Lebensmittel länger frisch zu halten. Durch das Entfernen der Luft wird das Wachstum von Bakterien und Schimmel verlangsamt, was die Haltbarkeit der Lebensmittel verlängert. Dies ist wichtig, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Geld zu sparen, da verderbliche Lebensmittel länger aufbewahrt werden können, ohne an Qualität zu verlieren. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die fünf besten Vakuumierer. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Bonson Kitchen 4 in 1 Vacuum Sealer. Der Bonson Kitchen Vakuumierer ist mit fünf optionalen Modi ausgestattet, um je nach Art der Lebensmittel die besten Ergebnisse bei der Lebensmittelerhaltung zu erzielen. Sie können den Vakuummodus für feste Lebensmittel oder den Versiegelungsmodus für empfindliche Lebensmittel wellen. Flaschen oder Behälter können auch mit einem Vakuumschlauch vakuumiert werden. Dank der praktischen Rollenaufbewahrung mit integriertem Kutter können Sie ganz einfach individuelle Beutelgrößen herstellen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne Schere verwenden zu müssen. Für einen guten Versiegelungseffekt ist es besser, einen Bonson Kitchen Profi Vakuumbeutel mit tiefen Luftkanälen zu verwenden. Der Lebensmittelvakuumierer ist perfekt für Anfänger geeignet. Legen Sie einfach die Lebensmittel Ihrer Wahl in einen vorgeschnittenen Vakuumbeutel, führen Sie das offene Ende des Beutels in den Vakuumierer ein und wählen Sie den gewünschten Modus. Warten Sie 10 bis 20 Sekunden, bis die Vakuumversiegelung abgeschlossen ist. Sie können den Lebensmittelvakuumierer leicht und sicher reinigen, indem Sie die obere Abdeckung entfernen. Der Vakuumierer kann effektiv Luft aus Vakuumbeuteln entfernen. Mehrere Materialschichten werden mit einer Heißsiegelung versiegelt, um Luft fernzuhalten und das Einfrieren oder Verbrennen zu verhindern und somit Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Der Lebensmittelvakuumierer hält Lebensmittel im Kühlschrank bis zu siebenmal länger frisch als herkömmliche Aufbewahrungsmethoden. Hier ist der Punkt Nummer 4, Rommelsbacher VAC 485. Hochwertiges, pflegeleichtes Kunststoffgehäuse, bequeme Einhandbedienung, effizient und sicher. Gereignet für den langfristigen Gebrauch ohne Zwischenpausen, leistungsstarker Kolbenpumpenantrieb, ca. 15 Liter Minute, doppelt verstärkte Dichtnaht, jeweils 2,5 mm dick. Elektronische Temperaturüberwachung der Versiegelungsnaht, vollautomatisches Vakuumieren und Versiegeln in einem Arbeitsgang, zwei Versiegelungszeiten, individuelles Absaugen und manuelles Versiegeln für druckempfindliche Lebensmittel. Gereignet für Folien bis zu 30 cm Breite sowie für Vakuumbehälter mit integriertem Rollenfach inklusive Schneidemesser, Schlauchanschluss zum Vakuumieren in Behältern, beleuchtetes Sichtfenster, Statusanzeige für den Arbeitsfortschritt. Der Punkt Nummer 3, Bonson Kitchen Vacuum Sealer. Das Vakuumverpacken von Lebensmitteln mit einer Vakuummaschine bewahrt den ursprünglichen Geschmack und sorgt dafür, dass sie im Kühlschrank bis zu siebenmal länger frisch bleiben, was Lebensmittelverderb und Verschwendung reduziert. Das Kochen wird einfacher und gesünder. Es ist ratsam, professionelle Bonson Kitchen Vakuumbeutel mit einer tiefen Atemwege und einer guten Versiegelung zu verwenden. Legen Sie den Rollenbeutel in den Rollenschlitz für eine einfache Aufbewahrung. Verwenden Sie den Schneider, um Vakuumbeutel individuell je nach Größe der Lebensmittel zuzuschneiden. Das Design der Rollenbeutelaufbewahrung erleichtert die tägliche Verwendung des Vakuumierers. Der Vakuumierer verschweißt bis zu einer maximalen Länge von 30 cm. Der Vs3802 Vakuumierer wird mit einem 60 cm langen Schlauch geliefert. Er kann verwendet werden, um Luft aus Brotdosen oder Weinflaschen zu entfernen, um Lebensmittel oder Wein frisch zu halten. Sie können frische Lebensmittel zubereiten, indem Sie einfach die Luft aus der Brotdose ziehen. Der Besitz einer universellen Vakuumpresse ist eine moderne, praktische, gesunde und wirtschaftliche Lebensweise. Im Trockenmodus können Snacks, Nüsse und so weiter gelagert werden und im Feuchtmodus können Fleisch, Meeresfrüchte und Gemüse gelagert werden. Auch geeignet für Schinken, gekochte Lebensmittel, Obst und so weiter, gewährleistet eine optimale Konservierung verschiedener Lebensmittel und ist auch ein Kochassistent für Suuswide. Nummer 2 in unserer Liste, Bonson Kitchen Vollsealer. Der Suuswide Vakuumierer kann leicht verstreute Lebensmittel entsorgen, Geld und Platz sparen, Lebensmittel vakuumieren und sie im Kühlschrank aufbewahren, um eine achtmalige Frische zu erzielen und Abfall zu vermeiden. Es ist besser, einen professionellen Bonson Kitchen Vakuumbeutel mit tiefen Luftkanälen und guter Versiegelungswirkung zu verwenden. Der professionelle Vakuumierer von Bonson Kitchen zeichnet sich durch eine verbesserte Versiegelung und ein funktionales Design aus, eine starke Versiegelungswirkung, um Vakuumschäden zu vermeiden, und ein kompaktes Design, um Platz zu sparen. Der 3 mm dicke Heizdraht verhindert möglichen Luftverlust. Der Vakuumierer erfüllt die am besten geeignete Konservierungsmethode basierend auf verschiedenen Lebensmittelarten, Texturen und Kochanforderungen und ermöglicht die Luftentfernung aus externen Behältern, Konservierungsgläser, Vakuumbehälter, Weinflaschen mithilfe des Schlauchs. Wie Fleisch, Schinken, Snacks, Nüsse, Sausen, Meeresfrüchte, Gemüse oder Obst zum Einfrieren oder Aufbewahren im Kühlschrank und mehr. Ein professioneller Vakuumierer bietet Ihnen mehr Komfort und Funktionalität. Mit dem 30 cm breiten Versiegelungsstreifen können Sie mehrere Beutel gleichzeitig vakuumieren. Die Nummer 1 in unserer Liste, Caso VC-10 Vacuum Sealer. Mit dem vollautomatischen Vakuumierer VC-15 von Caso können Sie frisches Fleisch, Fisch, Obst oder Gemüse einfrieren. Egal, was Sie einfrieren möchten, mit dem VC-15 bleibt Ihr Essen bis zu 8 mal länger frisch und ist vor Gefrierbrand geschützt. Die kostenlose Food Manager App für Android und iOS unterstützt Sie dabei, den Überblick über Ihren Kühlschrank zu behalten. Dank der Erinnerungsfunktion haben Sie eine klare Liste fälliger Lebensmittel auf einen Blick. Verwalten Sie Ihre Lebensmittel und Vorräte einfach und nachhaltig. Der Vakuumierer bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, da die variable Vakuumstärke durch einen Vakuumstopp-Knopf unterstützt wird und eine elektronische Temperaturüberwachung bietet. Diese Funktion eignet sich besonders für druckempfindliche Lebensmittel. Dank der praktischen separaten Schweißfunktion kann eine Schweißnaht von bis zu 30 cm Länge an beliebiger Beutellänge erstellt werden. Die Caso Vakuumbeutel sind ideal dafür geeignet und in verschiedenen Größen erhältlich. Aber auch schwere Folien können problemlos verwendet werden. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Vakuumierer unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.